noch ein paar ganz, ganz wenige Tickets gewinnen könnt. Bitteschön. Madonna wird mit ihrer Drowned World Tour nach einem Zwischenstopp in Mailand am 19.20., 22. und 23. Juni in Berlin gastieren. Wie bereits berichtet, sind alle Karten längst restlos ausverkauft. Doch für verzweifelte Fans gibt es noch Hoffnung. Select MTV und MTV.de verlosen am 19. Juni zwischen 14 und 16 Uhr Tickets. Mehr Infos dazu gibt es bei www.mtv.de.